Herzlich willkommen im grünen Baum in Leonberg-Warnbronn. Idyllisch gelegen im Heckengäu ist unser Haus bereits in vierter Generation ein Ort traditioneller schwäbischer Gastlichkeit, den guten Traditionen verpflichtet und immer offen für neue Ideen. Ob zum täglich wechselnden Mittagstisch oder am Abend, unsere frische, saisonale Küche ist vielseitig und stets von höchster Qualität. Die Produkte beziehen wir zum größten Teil von lokalen Lieferanten. Für Ihre Veranstaltung haben wir die passenden Räumlichkeiten, in denen wir Sie gern zu allen Anlässen begrüßen. Seien Sie unser Gast und entdecken Sie die perfekte Mischung von Tradition und Moderne, getreu der Zeile des Warmbronner Dichters Christian Wagner über den grünen Baum als Gasthaus vom jungen und grünen Holz und nicht vom morschen und dürren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.